In Berlin begrüße ich Horan Knaup vom Spiegel. Die Mischung aus Koalitionsgipfel und neuester Umfrage im Deutschlandtrend, das ist unser erstes Thema. Wie erklären Sie sich denn die gestiegenen Werte für die Kanzlerin? Ich glaube schon, dass die absinkende Problematik des Flüchtlingsthemas natürlich auch Angela Merkel hilft. Die Kommunen haben erkennbar weniger Probleme, an den Grenzen gibt es weniger Probleme. Die Zahl ist deutlich runtergegangen und das schlägt natürlich auch positiv für Angela Merkel zu Buche. Es war gleichzeitig gestern dieser Koalitionsgipfel. In dieser Mischung geht die Kanzlerin da jetzt gestärkt in die neue Woche? Ach so, kurzfristig würde ich das gar nicht sehen. Ich glaube, die Koalitionspartner haben verstanden, dass in dieser Situation, in der das Land ja eher polarisiert ist, eher nicht rot auseinanderzufallen, aber doch von enormen Spannungen durchsetzt ist, dass es gut ist, an der Spitze gutes Regieren zu demonstrieren, zusammenzuhalten und die Probleme, die sich stellen, vernünftig abzuarbeiten und sich nicht, auch ein knappes Jahr vor der Wahl, sich nicht schon in den Wahlkampf zu begeben. Der kommt dann noch früh genug. Auch deswegen, glaube ich, hat der Koalitionsgipfel gestern in relativ gesittete Atmosphäre, wenn man das so sagen kann, in ruhiger Atmosphäre stattgefunden. Sie sind sich nicht bei allen Themen einig geworden. Das war absehbar. Die Agenda war auch lang, aber ein paar große Themen, die gleiche Bezahlung von Mann und Frau etwa, haben sie abgeräumt. Kommende Woche fliegt die Kanzlerin nach Afrika, also nach allen innenpolitischen Diskussionen reist sie ins Ausland. Was kann sie in den Ländern, aus denen Flüchtlinge kommen, ausrichten? Schnell und aktuell wird sie wenig ausrichten können. Das Problem ist von einer riesengroßen Dimension. Der afrikanische Kontinent wächst enorm schnell, so schnell wie kein anderer Kontinent. Der wird in den nächsten 30 Jahren um 800 Millionen Menschen zunehmen. Die Wirtschaftsleistung, die Wirtschaftskraft der allermeisten Länder hält da längst nicht Schritt. Und es ist absehbar, dass der Migrationsdruck gerade auf Europa, das ist unser Nachbarkontinent, anhalten wird. Der wird auch anhalten, selbst wenn der Konflikt im Nahen Osten mal einigermaßen befriedet sein sollte. Ich glaube, das hat die Kanzlerin inzwischen erkannt. Sie fliegt zum ersten Mal nach Mali. Noch nie war ein deutscher Kanzler in Mali. Sie fliegt nach Niamey in den Niger. Helmut Kohl hat dort einmal kurz eine Zwischenlandung gemacht. Also die beiden Länder lagen bisher ganz sicher nicht im Zentrum unseres Interesses. Und beides sind aber Transitländer für Flüchtlinge. Hunderttausende von Flüchtlingen passieren insbesondere in Niger in Richtung Libyen, bevor sie dann das Mittelmeer überqueren und dann in Europa landen. Es gibt Auffanglager in Niger, die aber nicht funktionieren. Die Flüchtlingspassagen sind ein unglaublicher Wirtschaftszweig inzwischen, gerade in Städten wie Agadez. Sie wird da auf die Schnelle nicht viel ausrichten können. Aber es ist ganz sicher gut, dass sie hinfährt, dass sie die Kooperation sucht, wie immer sie dann am Ende des Tages ausfällt. Ein Thema wird ja gleich nach Ihrer Rückkehr wieder ganz oben auf der Agenda stehen. Das ist die Nachfolge von Bundespräsident Gauck. Wie weit ist man denn da? Erstaunlicherweise noch nicht sehr weit. In der großen Runde gestern wurde offensichtlich nicht darüber gesprochen. Anscheinend, entweder davor oder danach, haben sich die drei Parteivorsitzenden geeinigt, das wirklich im ganz kleinen Kreis versuchen zu lösen und möglichst konsensual. Das ist ja schon länger bekannt. Und sie haben sich zumindest einen Zeitplan, wie ich finde, einen relativ ehrgeizigen Zeitplan gegeben. Sie wollen bis zum CSU-Parteitag, der Anfang November stattfindet, im Grunde eine Lösung, wie gesagt, möglichst eine konsensuale Lösung haben. Neue Namen sind aber nicht im Gespräch. Ich vermute, es wird eine ausgesprochen schwierige Operation. Sagt Horan Knaup vom Spiegel. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.